Hallo zusammen, hier ist wieder das Fitnessstügel des NTSV, das Aditon mit dem Programm Entspannter Nacken. Ich bin Trainer Weiko und ich nehme uns da jetzt mit hindurch. Beim Thema Entspannter Nacken, worum geht es? Es geht darum, dass wir versuchen unsere Schultern beweglich zu kriegen. Das werden wir nachher machen. Es geht darum, dass wir unsere Schultern nach unten bewegen und nicht nach oben, wie wir das alle so gerne im Alltag machen. Und dadurch unsere Nackenmuskulatur irgendwann verspannt. Dem muss man entgegenwirken. Und es geht drittens darum, die Brustwirbelsäule aufzurichten. Denn nur wenn die Brustwirbelsäule aufgerichtet ist, kann sich unser Nacken entspannen. Und das gehen wir jetzt alles zusammen miteinander durch. Als erstes fangen wir ganz einfach an, uns der Decke entgegen zu strecken. Also wir stellen uns vor, dass wir mit dem höchsten Punkt des Kopfes der Decke entgegen wachsen. Das Kinn dabei ganz leicht Richtung Kehlkopf orientiert haben. Und jetzt beginnen wir mit den Schultern. Wir ziehen sie rauf und wieder tief runter. Wir ziehen sie rauf und tief runter. Kommt darauf an, weit nach unten zu arbeiten. Nach oben recht locker, aber nach unten weit arbeiten. Noch einmal rauf ziehen und tief runter. Versucht dabei zu entspannen und einen ganz langen Nacken zu behalten. Ganz wichtig. Noch einmal rauf ziehen und runter schieben. Zweimal mehr. Rauf ziehen und runter schieben. Letzte Wiederholung. Rauf schieben, runter schieben. Und es geht weiter mit den Schulterkreisen rückwärts. Das machen wir wechselseitig und wir bringen dabei unseren Körper ganz leicht mit in die Bewegung hinein. Das heißt, in meinem Oberkörper führe ich eine leichte Rotation aus. Wunderbar. Denkt immer dran, die Bewegung ist wichtig nach hinten und nach unten. Nach oben ist eher zweitrangig. Wir versuchen immer mit der Schulter weit nach hinten und weit nach unten zu kommen. Wir verändern das ein klein wenig. Nehmen einen Arm nach vorne und ziehen den anderen dabei mit dem Ellbogen nach hinten. Schaut, dass ihr eure Handflächen Richtung Decke haltet. Und die Rotation, die im Oberkörper entsteht, die gehen wir jetzt bewusst mit. Und wir lassen auch unser Becken stehen. Im Becken rotieren wir möglichst nur ganz wenig, aber ganz viel in unserer Brustbürgersäule. Spür das in dich hinein und lass die Schultern bitte tief unten. Und schieb die Arme nach vorn und nach hinten und lass in der Brustbürgersäule die Rotation zu. Wunderbar. Zwischendrin lassen wir die Arme jetzt einmal einfach locker durchschwingen. Wirklich nach unten fallen lassen. Entspannter Nacken hat viel mit Lockerheit in der Schulter zu tun. Lass also die Arme einfach nur fallen und durchschwingen. Ja. Ja. Locker, 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 locker. Der Oberkörper der rotiert dabei wieder ein klein bisschen mit. Und dann werden wir kleiner mit den Bewegungen. Lassen die Arme so langsam hier ausklingen. Weiter geht's mit noch so einer Bewegung. Wir geben unseren Armen einen lockeren Schubs und die gehen wie bei einer Schlenkerpuppe jetzt um uns herum. Wir lassen den Oberkörper wieder mit rotieren. Und in den Schultern sind wir möglichst locker bei dieser Bewegung. Wunderbar. Und dann lassen wir die so langsam wieder kleiner werden. Kleiner werden. Kleiner werden. Wunderbar. Wir halten an und nehmen die Arme hoch, wenn es geht, bis auf Schulterhöhe. Wenn ihr Probleme verspürt in den Schultern, nehmt die Arme jetzt etwas tiefer. und wir rotieren unsere Arme in der Schulter weit nach hinten und nach vorne. Weit nach hinten und nach vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses nach vorne rotieren bei einigen Problemen in der Schulter hervorruft. Dann, wie gesagt, geht mit den Armen einfach tiefer. Ansonsten halten wir sie hier oben und bringen jetzt nach und nach unseren oberen Rücken in diese Bewegung mit hinein. Ich zeige euch das einmal von der Seite. Ich rotiere die Arme nach vorne und lasse den oberen Rücken rund werden. Jetzt rotiere ich sie nach hinten und strecke mich ganz lang und ziehe die Schultern nach hinten unten. Ganz wichtig. Rund werden, aufrechten, Schultern nach hinten unten ziehen. Das machen wir noch ein paar Mal mehr. Rotieren nach vorne, lassen den oberen Rücken rund werden. Rotieren auswärts und strecken uns ganz bewusst in der Brustwirbelsäule lang, ziehen die Schultern nach hinten unten. Und die letzte Wiederholung. Und dann lassen wir einmal locker in unseren Armen, in unseren Schultern. Und jetzt möchte ich euch zwei Massagegriffe zeigen, um den Bereich um unsere Schulter und unseren Nacken etwas zu lockern. Der erste ist folgendermaßen. Ihr nehmt eure linke Hand und greift unter den rechten Brustmuskeln. Macht das zu Hause einfach mal so mit. Den rechten Arm etwas anheben, damit ihr hier besser runter kommt. Greift wirklich mit euren Fingern hinter den Brustmuskeln. Lasst den Daumen hier vorne drauf und nehmt den Arm jetzt erst einmal locker wieder runter. Und nun beginnt ihr hier vorne mit eurem Daumen einmal den Brustmuskeln abzufühlen, abzusuchen. Gibt es da eine Stelle, die hart ist. Wenn ihr da jetzt drauf drückt, wo es wehtut. Also ich habe jetzt hier bei mir so eine Stelle gefunden. Die ist schon recht unangenehm, wenn ich da drauf drücke. Wenn ihr so eine Stelle bei euch nicht findet, dann massiert einfach mit dem Daumen diesen ganzen Bereich. Ansonsten bleibt mit dem Druck drauf und halte diesen Druck. Der Muskel soll lernen, locker zu lassen. Und hier vorne ist so ein Triggerpunkt, der häufig zu viel Spannung hat und am Ende Nackenprobleme zumindest mit verursacht. Jetzt lassen wir einfach nach, nehmen den Arm runter, lockern den rechten noch einmal ein bisschen durch und spüren, wie angenehm das jetzt ist. Und dann wechseln wir natürlich die Seite. Wir heben unseren linken Arm etwas an, greifen mit der rechten Hand unter unseren Brustmuskel, nehmen den Arm wieder entspannt runter und suchen hier vorne den Bereich des Brustmuskels wieder ab. Ob wir da eine Stelle finden, die besonders reagiert, die auch etwas weh tut. Und da bleiben wir jetzt mit unseren Daumen drauf und geben so viel Druck, wie wir können. Wie wir gerade noch so aushalten können, ohne dass wir verkrampfen. Die Schulter ist locker dabei und diesen Druck halten wir noch etwas länger. Halten, halten, halten und dann lassen wir einmal lockern. Ja, geben dem Arm wieder ein kleines bisschen Lockerung und kommen zu einem zweiten, sehr richtigen Punkt. Bitte greift mit eurer linken Hand auf eure rechte Nackenseite und tastet euch mit den Fingerkuppen einmal hier an der Seite entlang und sucht euch den höchsten Punkt heraus, bevor die Halswirbelsäule anfängt. Und jetzt drückt bitte einmal senkrecht von oben drauf. Und jetzt spürt ihr schon, wo dieser Punkt ist, der bei fast allen von uns zu viel Spannung hat. Das ist der Schulterblattheber. Und diesen Druck halten wir ein wenig noch auf diesen Muskel. Drückt ruhig so doll drauf, wie ihr könnt. Es darf ruhig auch unangenehm sein. Wir versuchen diesen Druck wieder so bei 45 Sekunden zu halten. Drauf drücken, drauf drücken. Ich weiß, unsere Finger werden so langsam müde. Macht aber nichts. Wir schaffen das noch ein bisschen. Noch 10 Sekunden halten wir. Komm. Druck machen von oben drauf. Lass dabei die Schulter locker. Noch 5. Und dann lösen wir das. Geben unserer rechten Schulter wieder ein bisschen Lockerung. Wechseln die Seite. Mit der rechten Hand suchen wir uns auf unserer linken Schulternackenpartie. Diesen Punkt, den höchsten, spürt einfach mit euren Fingern. Wo ist es verspannt? Und dort beginnen wir den Druck. Wir drücken wieder senkrecht von oben hinein in diesen Muskel. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Also ich spüre das schon ganz deutlich. Der Schulterblattheber, der hat ein bisschen zu viel Spannung bei mir auch. Ich nehme an, bei vielen von euch zu Hause auch. Da halten wir den Druck noch eine Weile aufrecht. Wir wissen mittlerweile in der Sportwissenschaft, dass unsere Muskeln einen eingebauten Mechanismus haben. Wenn man sie 45 Sekunden dehnt oder mit Druck versorgt, dann fangen sie an locker zu lassen. Das soll dieser verspannte Muskel jetzt lernen. Und dann lösen wir den Druck, lassen wieder kurz locker. Natürlich hilft das nicht, wenn man das nur ein einziges Mal macht. Ihr könnt das jetzt jeden Tag zu Hause weitermachen. Weiter geht's mit einer kleinen Kräftigungsübung. Winkelt euren rechten Arm bitte 90 Grad an. 90 Grad hier im Ellbogengelenk. Lasst die Hand ausgestreckt und jetzt greift einmal mit eurer linken Hand zum rechten Handgelenk und haltet das Handgelenk hier fest. Und jetzt drückt ihr mit eurem rechten Arm nach außen. Als wolltet ihr den Arm in diese Richtung bewegen. Die linke Hand hält den Arm dabei fest. Die Schultern sind tief. Das Brustbein angehoben. Der Nacken ist lang. Und ihr haltet diesen Druck. Noch ein bisschen. Wir verstärken den Druck noch ein wenig. Ja, sodass es gerade noch gut geht, dass unsere Muskeln nicht zittern. Halten noch 10 Sekunden. Halten. 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 Und lösen. Lassen locker. Wunderbar. Wir wechseln natürlich die Seite. Winkeln unseren linken Arm an. Auch wieder 90 Grad Winkel. Greifen mit der rechten Hand um das linke Handgelenk. Wir richten uns auf. Ziehen die Schultern tief. Und beginnen diesen Gegendruck. Mit der linken Hand drücken wir nach außen. Wunderbar. So. Achtet wieder darauf, dass euer Nacken gestreckt bleibt. Dass ihr das Brustbein anhebt. Ganz stolz. Wunderbar. Wir verstärken den Gegendruck ein wenig. Und halten das Ganze noch 10 Sekunden. Übrigens, wir lassen die Atmung natürlich gleichmäßig fließen. Und dann lösen wir das. Lassen einmal locker. Zu Hause nehmt ihr nachher jede Seite noch einmal dran. Ich denke, für das Kennenlernen reicht das. Und jetzt nehmen wir uns noch eine Übung vor, zu der wir gleich an die Wand gehen. Ihr sucht euch zu Hause schon mal ein Stückchen freie Wand. Eine Tür geht auch. Wo wir eine Übung für die Halswirbelsäule machen, die ungeheuer wichtig ist. Wir gehen dazu an die Wand. Und zwar gehen wir mit den Füßen so eine halbe bis eine Fußlänge von der Wand weg. Und beugen die Knie ganz leicht. Und arbeiten jetzt zunächst einmal mit unserem Becken. Wir spannen den Po an. Wir richten das Becken auf. Dass wir hier unten mit der Lendenwirbelsäule fest an die Wand ankommen. Wenn ihr das jetzt nicht so hundertprozentig schafft, ist das auch in Ordnung. Macht ihr das so weit, wie es bei euch geht. Jetzt kommt das Entscheidende. Arme runter, Schultern locker. Und wir gehen mit unserem Kopf so weit nach hinten an die Wand, wie wir das schaffen, ohne dass wir hier in der Lendenwirbelsäule von der Wand weggehen. Dann schieben wir das Kinn etwas nach vorne und ziehen wieder heran. Das Ganze darf nicht so aussehen, dass ihr nach oben schaut. Dann erreichen wir im Nacken genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen einen gestreckten Nacken haben. Noch einmal. Wir schieben das Kinn nach vorne und ziehen den Kopf wieder heran. Mit der Lendenwirbelsäule bleiben wir an der Wand. Schieben nach vorne und ziehen wieder heran. Ganz lange Nacken. Das Kinn immer in Richtung Kehlkopf orientiert. Schieben nach vorne und ziehen wieder heran. Noch einmal. Schieben nach vorne und ziehen wieder heran. Das heißt, wir gehen ganz bewusst in eine Streckung des ganzen Rückens der Halswirbelsäule. Und ich zeige euch jetzt noch eine Erweiterungsvariante dieser Übung. Die können wir jetzt zusammen auch noch probieren. Wir bringen noch eine Komponente dazu. Wieder den Kopf gegen die Wand. Wir heben unsere Arme auf Schulterhöhe hoch und gehen mit dem Ellbogen gegen die Wand. Bleiben im Nacken lang und versuchen jetzt unsere Arme so weit wie möglich nach oben zu klappen. Wir sind immer noch im Nacken lang und wir sind mit der Lendenwirbelsäule immer noch an der Wand dran. Und dann lösen wir das einmal wieder und nehmen die Arme herunter. Das probieren wir jetzt noch einmal. Nach einem kurzen Lockern richten wir wieder das Becken auf, bringen die Lendenwirbelsäule gegen die Wand. Ziehen unseren Kopf heran, so weit ihr das schafft, ohne dass der Kopf in den Nacken geht. Wir nehmen unsere Arme hoch, Ellbogen etwa Schulterhöhe und klappen die Arme. So weit wie wir das schaffen, nach oben. Das ist schwierig. Wir versuchen mit der Lendenwirbelsäule nicht von der Wand wegzukommen. Und dann lösen wir das wieder auf, nehmen die Arme herunter. Das könnt ihr jetzt zu Hause gerne noch drei-, viermal mehr machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir verabschieden uns vom Programm Entspannter Nacken. Und dann kommt das noch十mal an. Unser Auf Quando